So, jetzt im fünften Teil wollte ich Ihnen noch ein paar andere Werkzeuge zeigen. Natürlich will ich Ihnen gerne 3D-Werkzeuge jetzt mal zeigen, einfach um klarzumachen, wie wenig kompliziert und aufregend das ganze Geschäft ist. Wie gesagt, solange Sie sich in einem einfachen Entwurf bewegen, ist es auch nicht schwer, mit den 3D-Werkzeugen zu arbeiten. Wenn der Entwurf komplizierter wird, dann werden natürlich auch die Werkzeuge bzw. Ihre Verwendung ein bisschen komplizierter. Das liegt aber dann an dem Entwurf zunächst einmal, denn das war auch immer schon schwierig zu zeichnen, wenn es etwas organisch wurde vielleicht oder mit runden Formen gearbeitet wurde. Das war noch immer irgendwie ein bisschen komplizierter, als wenn es rechteckig ist. Also, jetzt nehmen wir mal das Wandwerkzeug. Ich klicke da doppelt drauf. Es gibt ein paar mehr Einstellungen als beim Linienwerkzeug, logischerweise, denn die Wand hat natürlich eine Höhe und eine Dicke, beziehungsweise einen mehrschichtigen Aufbau, wenn Sie möchten. Und entsprechend viel gibt es dann einzustellen. Also, hier sehen Sie die Höhe. Das ist also das Allerwichtigste. Und den Abstand der Wand zur Null-Ebene auch sehr wichtig. Also, genau die beiden extrem elementaren Parameter, die sozusagen eine Wand definieren. 2,70 Meter ist okay. Null Meter Abstand zur Null-Ebene ist auch okay. Hier sehen Sie noch den Abstand der Leitlinie beim Zeichnen. Der steht erstmal auf Null. Das ist richtig so. Die Dicke der Wand können Sie auch einstellen. Ich zeichne jetzt einfach mal eine Wand. Das ist vielleicht das Beste. Sie sehen hier oben die Geometrie-Varianten. Ähnlich wie bei der Linie ein bisschen mehr davon. Sie sehen hier die Einzellinie, die Polygon. Das ist also eine einfache Wand. Wenn Sie so etwas sehen, das hier offensichtlich prominent ist bei dem Ganzen. In diesem Fall ist es diese, wo auch die beiden Punkte sitzen. Das ist die sogenannte Konstruktionslinie der Wand. Archicad verwendet zum exakten Zeichnen, auch dann, wenn Sie das mit Koordinaten eingeben, natürlich eine Linie. Die Wand geht dann links oder rechts oder nach irgendwelchen einstellbaren Kriterien zu beiden Seiten von dieser Konstruktionslinie weg. Das dürften Sie in allen CAD-Programmen so finden. Ich weiß, dass es bei Vectorworks zum Beispiel ziemlich genauso aussieht. Sie können diese Wand, wenn Sie einmal gezeichnet ist, auch umdrehen. Es geht mit diesen beiden. Sie können sie auch mittig setzen, also was immer Sie wollen. Und Sie können auch beim Zeichnen, wenn Sie nicht vorher überlegt haben oder keine Lust haben, sich zu überlegen, wie das hier funktioniert mit den Konstruktionslinien, Sie zeichnen und Sie denken, okay, oder Sie merken, die Konstruktionslinie sollte lieber links sein, und dann können Sie, bevor Sie jetzt das nächste Mal klicken, einfach hier oben kurz reingehen, da hinklicken und dann können Sie es klicken. Sie können also auch hier zum Beispiel noch auf so eine oder so eine Option umschalten, dass Sie dann entsprechend die Konstruktionslinie richtig setzen. Das Wandwerkzeug ist ein bisschen komplexer als das Linienwerkzeug, das hatte ich schon gesagt. Bevor ich jetzt auf die einzelnen Parameter dieses Elements noch aussieht, ich habe hier nämlich so komische Pfeile auf der Konstruktionslinie. Es gibt sozusagen zwei Varianten von Zeichnungsdarstätten, in welcher Richtung die Wand gezeichnet wurde, wo die Konstruktionslinie liegt. Das kann aber auch irgendwie hässlich sein und Nerven, deswegen Klauswählen, der heißt Reinzeichnung. Die ist im Moment deaktiviert, die Reinzeichnung. Ich habe offensichtlich eben Ctrl-Y gedrückt, mal irgendwann. Wenn Sie da jetzt draufklicken, ist das wieder wie vorher. Das heißt also diese, in Anführungsstrichen, hässliche Darstimmung ist wieder verschwunden. So, jetzt nochmal zu den Wänden. Ich kippe mal eine An- und Wegsteuerung T. Die Option oder die Kurzprofilsteuerung T gilt für alle Werkzeuge. Das hatte ich eingangs schon gesagt. Sie können jetzt nochmal nachschauen, was für Parameter diese Wand hat. Höhe, Abstand, Dicke etc. Für die 3D-Darstellung auch die Materialien, die zum Beispiel einfache Farben sein können, bis hin zu Texturen mit Bitmap-Grafiken und so weiter und so fort. Sie sehen, die Ebenenzugehörigkeit dieser Wand, die ist im Moment auf der Ebene 2 der Hilfslinie, wo sie natürlich überhaupt nicht hingehört, aber das ist jetzt egal. So, dann nur ein paar wesentliche Dinge. Das Thema hat es natürlich in sich, das ist schon klar, aber ein paar wesentliche Dinge sollten Sie wissen. Das Wichtigste, bestimmt nach all den Maßen, ist die Struktur der Wand. Und zwar ganz direkt die Schnittdaten. Dann sehen Sie eine Liste, aus der Sie wählen können. Eine Liste, aus der Sie wählen können. Eine Liste, die Sie natürlich auch selbst erweitern können mit eigenen Schrafforen. Das ist ein anderes Thema. Im Moment haben wir aber genau diese Menge von Schrafforen zur Auswahl. Da gibt es ganz normale Schrafforen, wie zum Beispiel die 100% deckende oder irgendwelche anderen grafischen Schrafforen, wie eben die, die hier ausgewählt war. Sie haben aber auch noch nicht das Thema. Ich will jetzt nur ganz kurz mal hier einen mehrschichtigen Wandaufbau auswählen. Hochlauchziegel mit Luftschicht und Wärmedämmung. Und dann sehen Sie schon, dass hier sich die kleine Minigrafik geändert hat. Wenn ich auf OK klicke, ist diese Wand jetzt anders geworden. Sie sehen also hier die mehrschichtigen, also die Schichten dieses Wandaufbaus. Und jetzt noch einmal zurück, denn das ist eine beliebte, wie soll ich sagen, eine beliebte oder eine häufig auftretende Irritation. Sie können die Dicke dieser Wand nämlich jetzt nicht einfach verändern. Ich drücke mal nochmal STRG T. Und jetzt sehen Sie, dass hier die Dicke nicht angeklickt und verändert werden kann. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt eine mehrschichtigen Wandaufbau habe mit natürlich definierten Dicken. Und wenn Sie das jetzt ein paar Zentimeter dicker oder dünner machen würden, wäre ja nicht klar, welche Schicht sich dann verändern soll. Was auch baukonstruktiv natürlich ziemlich blödsinnig wäre. Also deswegen können Sie es jetzt hier nicht verändern. Wenn Sie die Dicke der Wand wieder einstellen wollen, müssen Sie zu einer Struktur greifen, einer Schraffur, die unspezifisch ist, wie zum Beispiel die wir eben hatten, die Mauerwerkzeitenstein. Schon können Sie die Dicke wieder einstellen. Okay. So, das ist das eine. Und das Wandwerkzeug. Sie sollten noch wissen, dass sich Fenster und Türen in Wände einsetzen lassen. Fenster und Türen finden Sie auch hier in der Werkzeugpalette. Ja. Da ist es. Fensterwerkzeug. Türwerkzeug. Und auch so ein paar andere Leckerchen wie Eckfenster und Dachfenster. Sie können mal per Doppelklick da drauf gehen und sich kurz erschrecken, was Sie da für eine Auswahl bekommen von Fenstern. Da gibt es also reichlich voreingestellte Fenster, die Sie alle mal anschauen können. Ein Teil davon können Sie benutzen, ein Teil davon ist hässlich. Und wenn Sie ein Fenster in eine Wand einsetzen wollen, klicken Sie einfach drauf. Wofür haben Sie ein paar Regeln beim Einsetzen und schon haben Sie hier ein Fenster. Das sollte also zumindest ein kleiner Anreiz sein, in 3D zu arbeiten. Zumindest für solche Sachen, dass Ihre Fenster eben so einfach da reingesetzt werden können. Fenster sind immer Teile von Wänden. Wenn Sie die Wand jetzt löschen, ist das Fenster wieder weg. Das gleiche gilt für Türen. Türen und Fenster sind überhaupt absolut identisch in ihrer Funktionalität. Außer, dass die einen mit dem Türwerkzeug und die anderen mit dem Fensterwerkzeug erreicht werden. Ja, das ist aber im Prinzip tatsächlich das Gleiche. So, dann noch das Deckenwerkzeug. In einem späteren Filmchen sehen Sie das auch nochmal im Einsatz. Ich will es nur ganz kurz als zweites, wichtiges 3D-Werkzeug vorstellen. Das Deckenwerkzeug ist tatsächlich sehr flexibel. Man kann es für sehr viele Sachen nutzen, wenn man zum Beispiel selber Fenster konstruiert oder bei vielen Möbelkonstruktionen in 3D kann man das Deckenwerkzeug auch gut benutzen. Das macht im Prinzip natürlich irgendwelche extrudierten, in Z-Höhe extrudierten Körper. Das heißt, Sie können jetzt also zum Beispiel erstmal hier Standarddecken zeichnen. Da sehen Sie 0,3 Meter dick, also 30 Zentimeter. Der interessante Unterschied oder der wichtige Unterschied zum Wandwerkzeug, der Höhen-Offset wird von der Planerisch auch durchaus Sinn. Auch hier können Sie eine Schafur auswählen. Das heißt, die Strukturdarstellung im Schnitt in diesem Fall natürlich können Sie einstellen. Auch da gibt es mehrschichtige Bauteile, Bodenaufbau 1, 2 und Deckenaufbau 1. Die können Sie auch auswählen, wenn Sie wollen. Sie können sich auch dort eigene erzweiten. Ich nehme jetzt wieder einmal den Beton, ganz normalen Stahlbeton. Und auch hier das Material für die 3D-Darstellung. Auch hier eine Ebenenzugehörigkeit, die in diesem Fall auch 2D-Hilfslinien ist. Und jetzt können Sie hier ganz einfach verschiedene Decken zeichnen. Eine rechteckige zum Beispiel, die dann so aussieht. Oder Sie können eine polygonale zeichnen. Also was immer Sie brauchen. Die können auch natürlich in der Lage, was immer Sie brauchen. Das Deckenwerkzeug ist also so, wie es daherkommt, extrem primitiv. Sie können daraus sehr komplexe Formen erstellen. Und das zeige ich ganz am Schluss mit der Zauberstadt-Funktionalität. Aber das Deckenwerkzeug ist trotzdem zunächst mal ein einfaches Werkzeug. Ich zeige auch im Nachhinein noch, wie Sie da Löcher reinbekommen. Und wie Sie Decken größer und kleiner machen können. Ich mache das hier vielleicht schon mal ganz kurz. Das heißt, ich wähle die Deckenweige aus. Ich muss das Video sozusagen nachträglich nochmal machen. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ob es in einem späteren Filmchen nochmal auftaucht. Ich habe jetzt hier also eine Decke. Und Sie wollen dort ein Loch hineinzeichnen. Standard-Problem für einen Deckendurchbruch, zum Beispiel bei einer Treppe. Anklicken. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Das Deckenwerkzeug muss aktiv sein. Wenn nicht, machen Sie es aktiv. Und jetzt zeichnen Sie innerhalb des aktivierten Deckenelements einfach ein weiteres Rechteck, zum Beispiel. Und dann haben Sie ein Loch. Sie können auch noch weitere Löcher zeichnen. Das geht also relativ einfach. Und jetzt können Sie folgendes machen. Sie können sowohl die Decke bearbeiten. Dann wählen Sie halt die Decke an. Oder Sie bearbeiten eins dieser Öffnungen. Dann klicken Sie nur diese Öffnung an. Man muss sich das vorstellen wie negative Decken. Das heißt, Sie können sie genauso bearbeiten wie echte Decken. Diese Löcher meine ich. Und natürlich die Decke selbst auch. Dazu gibt es immer zwei Möglichkeiten. Sie klicken ein paar Punkte an. Oder Sie klicken auf die Kanten. Je nachdem ergeben sich verschiedene Optionen. Sie können ganz ruhig sein. Bei der ersten Option ist es meistens nicht die richtige. Können Sie einfach, bevor Sie das zweite Mal klicken, auf diese kleine Palette hier gehen. Zum Beispiel die Decke auf allen Seiten um ein bestimmtes Maß erweitern. Das könnten Sie jetzt mit R eingeben. Also zum Beispiel die Wandstärke noch dazu. Dann würden Sie jetzt hier R eingeben. Und irgendein Maß. Zum Beispiel, ich kann das mal hier. Hups. Das war jetzt irgendwie blöd, so. Nochmal. Und jetzt hier nochmal R. So, jetzt ist es halt um 24 cm zu allen Seiten größer geworden. Da habe ich gerade immer das Komma verwendet. Das war der Fehler. Das hier hat er 24 Meter genannt. Und das wäre so die eine Sache. Die anderen können Sie mal ausprobieren, wenn Sie Lust haben. Da gibt es die Möglichkeit, unten abzurunden. Zum Beispiel über eine Decke zu erweitern. Das ist jetzt aber für mich nicht interessant. Ich klick Escape. Jetzt noch zu den Löchern. Dann mache ich das mal vor, was bei der Decke selbst auch geht. Aber eben auch bei den Löchern. Sie können nämlich auch auf eine Kante klicken. Und zum Beispiel mit dieser Option hier eine Kante versetzenseitig. Auch das geht mit R und dann einer entsprechenden Koordinateneingabe. Okay. Wandwerkzeug, Deckenwerkzeug sollte klar sein. Sie sollten ermuntert sein oder sich ermuntert fühlen, einfach mal die anderen Werkzeuge anzuschauen, mit denen Sie dann eben entsprechend andere Objekte auch zeichnen können. Das Treppenwerkzeug ist auch relativ vielseitig. Das Dachwerkzeug nicht zu verachten. Und natürlich gibt es auch Stützen und Unterzüge. Also alles das, was man so braucht. Und Sie können das ja mal selber ein bisschen austesten, wie das funktioniert. Okay. Das war's erstmal. Das war's erstmal. Das war's erstmal.